So, wir sind jetzt am Pool. Es ist der Tag 2. Wir haben natürlich mit Frühstück angefangen und wir haben hier einen kleinen Pool auf dem Dach. Kann man sehen hier. Ja, überall sind ein bisschen Bausteine ringsrum, aber das geht, das ist jetzt nicht so laut. Und man hört das auch wirklich nur am Pool ein bisschen, aber sonst im Zimmer und so hört man nichts davon. Ist auch nicht so schlimm. Genau, das ist unser kleiner Pool. Jetzt kann ich gerade mal so ganz kurz filmen und auch mal kurz mit dem Olu, weil sonst sind immer Leute hier drin. Ja, eigentlich ganz schön hier. So, das ist es, wenn man vom Pool runter guckt, beziehungsweise raus guckt, rüber guckt, über das Dach guckt, was auch immer. Ja, ich finde das nicht schlimm, dass Baustellen gibt. Ist klar, die bauen überall, aber naja, gibt es Schlimmeres. Wie gesagt, man hört das auch gar nicht so arg irgendwie. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Vielleicht in 2-3 Jahren sind die Baustellen nicht mehr, aber dann kann man nochmal kommen. So, das ist hier so eine Lounge, wo wir gerade sind, ja, am Pool. Genau, und dann kann man sitzen und es gibt noch mehr Lounge hier, also eigentlich ganz schön gemacht. Ja, genau. Und dann kann man auch draußen sitzen. So, und hier haben wir noch eine andere Lounge. Eigentlich ganz cool gemacht. Also man braucht nicht so viele Sachen. Es ist ein einfaches Hotel mit so einfachen Sachen, dass es nass, weil die Leute natürlich mit ihren Badesachen drauf sitzen, ist klar. Und dann gibt es hier noch so liegen und es gibt noch mehr liegen, aber da liegen jetzt Leute drauf, deswegen will ich das nicht filmen. Ja, genau. So sieht es aus. Und ist ganz nice. Und es ist auch nicht so heiß. Also wir haben jetzt 35 Grad, aber es ist okay. So, wir sind jetzt in der Bahn oder so, Trampbahn, irgendwas, Metro, und wir fahren jetzt Richtung Burschkaliber und Dubai Mall. Dubai Healthcare City. Da hinten ist der Burschkaliber. Jetzt sieht man den gerade nicht mehr, gleich sieht man den nochmal. Und da hinten ist der Burschkaliber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind jetzt von der Bahnstation zur Dubai Mall Mit so Laufbändern, kann man auch in der Mitte laufen, gefahren Also gefühlt ein Kilometer ist das lang, diese Laufbahn in mehreren Abschnitten Also schon ein ganz schöner Weg von Bahnhof bis zur Dubai Mall Ja, jetzt gehen wir da mal rein und schauen wir mal, was da uns erwartet So, hier kann man kurz mal filmen, hier sind die ganzen reichen Geschäfte Deutsche Gabana und so weiter Naja, braucht man nicht erzählen, das wisst ihr alles Ähm, genau Da ist die Autobahn Oder Straße Keine Ahnung, ob es eine Autobahn ist oder einfach nur eine Straße Und das ist Burka-Lifa Ja Da ist der Burka-Lifa Höchste Turm der Welt Ja Und wir sind immer noch nicht da Aber wir sind immer noch unterwegs Auf der anderen Seite kann man noch mal filmen Da ist noch mal diese Autobahn Oh, hier ist so eine richtige Luft Gell? Richtig Gell? Ja Gell? Ja Und man um sich zu mehr solche Menschen Gell? Ja Gell? Ja Gell? Ja Ja Gell? Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt erst mal gucken hier 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 Jetzt 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 mal gucken hier Vielen Dank.